Ihr wart schon immer auf der Suche nach einem richtig tollen Ombre-Design? Dann begleitet mich heute in den Shop von Kalea Nagelfolien. Begleitet mich auf dem virtuellen Rundgang. Nach einem kurzen Intro geht's los. Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Die liebe Yvonne von Kalea Nagelfolien, einem kleinen Start-up-Unternehmen, hat einen tollen Shop aufgemacht, wo ihr jede Menge Folien übersichtlich präsentiert bekommt. Von Ombre-Design über Glitzer über verschiedene Muster ist hier wirklich alles vorhanden. Dankenswerterweise hat sie mir eine Auswahl ihrer tollen eigenen Designs zur Verfügung gestellt, die ich euch heute ein bisschen näher zeigen möchte. Die Kalea Ombre-Designs sind exklusiv und zeichnen sich durch eine unglaubliche Farbvielfalt aus. Fangen wir also an. Das erste Design, was ich euch zeigen möchte, ist ein ganz zarter Verlauf in Ombre helllila. Das Schwierigste für so einen kleinen Shop ist es normalerweise, die Farben richtig darzustellen. Denn zwischen Realität und gemachtem Foto liegen oftmals Welten und wer schon in anderen Shops bestellt hat, wird das vielleicht auch das ein oder andere Mal gesehen haben. Erfreulicherweise ist es bei diesem Shop so, dass zwischen Realität und Foto wirklich nur ein kleiner Unterschied besteht. Und wie ich feststellen musste, in der Realität sind die Farben oftmals noch viel satter. Das zweite Design, was ich euch zeigen möchte, ist 002 Ombre Dunkellila. Und hier kommt ein super schöner Farbverlauf von fast schwarz zu einem richtig satten Lila. Richtig super zur Geltung. Wer es also ein bisschen dramatischer mag, der liegt mit dieser Farbkombination genau richtig. Das nächste Design, K003 Ombre Beere, macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Denn dieses tolle Pink erinnert wirklich an satte, reife Himbeeren. Alles in allem ein super Sommerton. Beim nächsten Design hat mich die Farbe vom realen Design fast noch mehr geflasht als im Internetshop. Denn K004 Ombre Coral ist so viel satter. Es erinnert so ein bisschen an den kleinen Fisch von Findet Nemo. Und damit kommen wir schon zur nächsten Hammerfarbe. Das ist K005 Ombre Schwarz-Blau. Im Internet schaut es ein bisschen türkis aus, aber es ist ein Wahnsinns-Blau. Geht schon fast in Richtung Royal-Blau. Und auch hier der Farbverlauf wieder ganz toll symmetrisch und ohne Streifen. Hier kommt wieder eins meiner persönlichen Favoriten-Designs. K006 Ombre Blau. Es erinnert so ein bisschen an einen Himmelblau, wenn so die letzten Sonnenstrahlen den Himmel noch so ein bisschen durchleuchten. Ja, und schon sind wir beim nächsten Design. K007 Ombre Baby Blau Beere. Und ja, guckt euch das an, ne? Also so ein tolles, sattes Baby Blau. Im Internet sieht es ein bisschen heller aus. In der Realität ist es noch viel, viel schöner, denn die Farben kommen wirklich richtig satt rüber. Auch der Beere-Ton, wunderschön dunkel. Und ja, also ich bin echt begeistert von diesem Ton. Und dann sind wir schon bei K008 Ombre Blau. Blau, dunkel-rosa, ich würde schon fast sagen pink, denn auch das ist eine hammerknaller Farbe. Ich habe es bei einigen Mädels schon als Tragedesign gesehen. Und mein persönlicher Favorit ist K009 Ombre Grün Lila. Ihr habt es im Vorspann schon sehen können. Ich mache das auch gleich anschließend nochmal für euch drauf, damit ihr sehen könnt, wie toll sich diese Folien auftragen lassen. Sie sind faltenfrei zu applizieren und dieser Verlauf erinnert hammermäßig an Flieder. Das ist Sommer pur. Wer es nicht ganz so knallig mag, der kommt mit K010 Ombre Latte Macchiato sicherlich super zurecht. Denn dieser Ombre-Ton ist ein ganz toller Nud-Ton. Es ist nicht ganz so gelb wie im Internet dargestellt, sondern geht wirklich in einen ganz zarten Hautton. Und der Übergang ins Dunkelbraun ist also wirklich ganz dezent gestaltet. Und damit sind wir bei dem Knaller schlechthin K011 Ombre Rot. Im Internet sieht es ein bisschen mehr Richtung Orange aus, aber das erste, was mein Sohn beispielsweise sagte, war Mama, das ist eine Feuerwehrfarbe. Also wirklich ein ganz sattes Rot zu einem fast dunklen Schwarz verlaufend. Vielleicht seid ihr aber gar nicht so der Ombre-Typ. Das ist kein Problem. Dann bietet euch die Shop-Auswahl wirklich ganz tolle Vielfalt. Und man sieht hier sogar alte Bekannte. Ich habe dieses Design zum Beispiel mal bei Lilly und Fox seinerzeit gekauft. Das Negative daran, dieser Shop ist in Australien und man hat ca. 12 Wochen Wartezeit. Das kann ich mir jetzt sparen. Jetzt weiß ich ja, wo ich sie bekomme. Natürlich hat sie aber auch noch mehr in petto. Und was ich immer so ein bisschen schade finde, wenn man nur Fotos hat, sind so Sachen, dass man halt Glitzer ganz schlecht darstellen kann. Könnt ihr das hier sehen? Es ist ein Traum. Es ist das Design der Butterflies. Und ja, ich versuche das hier mal über die Kamera so ein bisschen besser darzustellen. Es ist ein Hauch von Glitzer. Nicht zu doll, aber auch nicht zu wenig. Also wirklich ein total süßes Design. Was ich auch schön finde, ist, dass im Shop selber darauf hingewiesen wird, ob Folien deckend sind oder ob sie teiltransparent sind. Das heißt also so ganz leicht durchschimmernd, sodass ihr euch überlegen könnt, tragt ihr sie so auf auf die Nägel oder gebt ihr beispielsweise einen weißen Unterlack drunter. Von der Preisspanne her liegen diese Standardfolien mit 2,50 Euro in einem sehr kostengünstigen Bereich und es entfällt natürlich auch die lange, lange Wartezeit, die man sonst bei ausländischen Shops hat. Ja, und eine Galerie gibt es auch mit Tragebeispielen. Alles in allem eine sehr gute Wahl und ja, ich setze mich jetzt ran und klebe einmal mein Lieblingsdesign. Bevor es mit dem Aufkleben losgeht, möchte ich euch noch ein paar Informationen zu den einzelnen Folien geben. Und jetzt nehme ich das berühmt-berüchtigte Unboxing vor, heißt, ich packe hier einmal die Folien aus. Sie sind wie immer in einer Vakuumverpackung drin und wie man hier schon anhand des Glanzes erkennen kann, auch diese Folien verfügen komplett über einzelne Schutzfolien, die auf sämtlichen Nagelfolien drauf sind. Und ich messe jetzt einmal für euch die gesamte Länge und Breite der Folien einmal durch. Damit ihr zukünftig die Katze nicht im Sack kauft. Da hätten wir also in der Länge, die im Übrigen gerade bei den Ombre-Designs schön gestaltet ist, weil sich das Ombre-Design-Muster mittig einmal symmetrisch sozusagen befindet. Da haben wir 29,8 Millimeter Länge, heißt also auch für die kürzeren Nägel gut teilbar. Und diese Länge setzt sich einmal komplett von vorne bis hinten durch, sodass ihr hier keine Unterschiede habt. Was die Breite angeht, da sind wir hier beim breitesten Sheet bei 16,2 Millimeter. Dann haben wir 14,3 Millimeter Breite, dann 12,7 Millimeter, das sind alles circa Angaben. Dann 11,8 Millimeter Breite, also geringe Fertigungstoleranzen gibt es immer. Dann haben wir 10,4 Millimeter, dann glatte 10 Millimeter, 9,2 und zu guter Letzt 8,4 Millimeter. Durch die Einzelanbringung kann man super testen, welche Folie am besten für welchen Finger geeignet ist. Diese zwei Folien habe ich vorab schon mal geklebt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es geht absolut faltenfrei und ich zeige euch jetzt, wie man mit einem Ombre-Design ein Akzentnagel herstellen kann. Ich habe mir dafür extra solche kleinen Schablonen gebastelt, die sind durchsichtig und haben dadurch den Vorteil, dass man ganz genau gerade bei Ombre-Verläufen oder Musteln sehen kann, wie sich diese Folien auf dem Fingernagel später machen. Ich habe hier zum Beispiel festgestellt, die ist mir ein bisschen zu breit und ich möchte den Ombre-Verlauf anders haben. Das soll ja ein Akzentnagel werden und deswegen möchte ich ganz gerne, dass der Ombre-Verlauf bei mir auf dem Finger erst im lilanen Teil anfängt. Wie man sich solche Schablonen ganz einfach selber basteln kann, das verlinke ich dir oben mal in die Infobox. Ja und jetzt geht es auch schon ans Zeichnen. Am besten eine Unterlage darunter. Ihr braucht einen wasserfesten Stift. Die Schutzfolie bleibt dabei auf jeden Fall noch auf dem Folienträger drauf. Platziert eure Schablone und zeichnet dann einmal die gewünschten Konturen nach. Danach wird das Ganze mit einer feinen Nagelschere einmal auf der Innenseite eurer Linie sauber abgeschnitten. Die Passform nochmal kontrollieren, die Schutzfolie entfernen, an der vorgestanzten Linie die Hauptfolie abziehen und anschließend seitlich auf dem Finger platzieren. Beim Platzieren müsst ihr immer darauf achten, dass ihr so einen halben Millimeter zwischen Folie und Nagelhäutchen bzw. zwischen Folie und Nagelwall Platz lasst. Reibt das Ganze nur bis zur Mitte an, kürzt dann eventuell noch vorhandene Überstände und da wo sich die Falte bildet, da geht ihr dann mit dem Daumen dran und drückt diese Falte leicht in Richtung Nagelwall aus. Vorne alles schön um die Spitzen legen. Achtet dabei darauf, dass ihr die Pfeile senkrecht bis ganz leicht geneigt zu euch nehmt und drückt im Anschluss auch nochmal die Seiten schön fest. Ich zeige euch das jetzt nochmal mit der Daumenfolie und dazu gehen wir mal ein bisschen näher ran, damit ihr das etwas besser sehen könnt. Der Daumen sollte schön staubfrei sein, also es sollten keine Pfeilstaubreste mehr vorhanden sein. Die Folie an der Seite ansetzen und auch wenn man es jetzt hier durch die Draufsicht nicht genau sieht, es ist wirklich ein bisschen Platz zwischen Folie und Nagelwall genauso wie zwischen Folie und Nagelhaut. So ein halber Millimeter, den brauchen wir später auch, damit der Lack zum Versiegeln gut reinkommt. So und da wo sich jetzt diese kleine Falte aufwirft, da einfach mit dem Daumen ganz sanft, mit wenig Druck Richtung Nagelwall das Ganze andrücken und die zweite Falte entsprechend in die gleiche Richtung andrücken. Und schon habt ihr einen perfekten Sitz, das Ganze ist faltenfrei und diese Folie lässt sich zur Not auch super korrigieren, auch das habe ich einmal probiert. Alles schön um die Spitzen legen, mit dem Hufstäbchen nochmal sauber festdrücken und anschließend kann dann die überstehende Folie vorne an der Nagelspitze abgefeilt werden. Also ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Ich habe selten so einen guten und faltenfreien Auftrag gehabt. Ich habe die Folien jetzt entsprechend versiegelt und habe ein kleines Wassertransfer-Tattoo und auch noch ein bisschen Glitzer aufgetragen. Wie das geht, verlinke ich euch oben in der Infobox. Ob zu sportlicher Kleidung oder total elegant, mit diesem Ombre-Design fallt ihr garantiert auf. Bis zum nächsten Mal!